Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bounce. Heute geht es um eine Frage, die glaube ich mit am wichtigsten ist, gerade für Ende Season 1, Anfang Season 2. Was passiert mit den Achtermünzen? Ihr seht, ich habe hier gerade 999.999 plus, ich weiß nicht wie viel, man kann es sich auch nicht anzeigen lassen. Und ich verspreche, wenn ihr am Ball bleibt, dann werden viele von euch, die das Video gerade sehen, Ende der Season diese Zahl auch haben. Und dann ist natürlich die Frage, ey, was passiert mit diesen Achtermünzen? Werden die gelöscht? Kann ich sofort alle meine Manufakturen wieder auf Level 10 ziehen? Werden die zu der neuen Season schon dazu gerechnet? Was passiert mit diesen Achtermünzen? Es gab auch eine coole Theorie, dass die Achtermünzen in Civil Rain umgerechnet werden. Das heißt vielleicht, dass 10.000 Achtermünzen 10 Civil Rain sind oder ähnliches, sodass man von dieser seltenen Währung da oben, wo ich gerade 320 habe, einfach mehr bekommt, um sich auch im Shop mehr Sachen zu kaufen, die ja in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr dazukommen. Wir haben ja allein jetzt schon mit Season 1 eine neue Waffe bekommen und zwei Panzerungen, die wir im Schwarzmarkt mit Civil Rain kaufen können. Also auf jeden Fall eine Menge, was man damit kaufen kann. Wenn man da noch eine Doppelwindballiste holt und eine Dardanellenartillerie, dann sind die auf jeden Fall sehr schnell weg. Pro Woche kriegt man 230 Maximum und pro Season ein paar Tausend. Also wäre das auf jeden Fall für mich zumindest mal die beste Lösung für die Achtermünzen. Aber wir müssen ganz klar sagen, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir das nicht. Ich habe auch mies recherchiert und es gab leider nichts zu den Achtermünzen, weder irgendein Zitat oder irgendein Interview von irgendeinem Ubisoft-Entwickler. Ich hatte schon überlegt, dem vielleicht mal zu schreiben, aber ihr wisst ja, wie das ist. Der deutsche Support oder auch der englische Support, die wissen das ja nicht. Wenn müsste man da schon irgendwie nach Singapur einen Entwickler fragen und das wird wirklich sehr schwierig, da etwas zu entlocken. Vor allem so früh in der Season. Das nicht genug, haben wir ja eine Bestenliste. Die Bestenliste, wisst ihr ja, wird danach bemessen, wie viele Achtermünzen ihr sammelt. In der Season, einmal komplett die 90 Tage, werden hier die Punkte drauf gerechnet. Und wenn man ganz oben ist, am Ende der Season, in der Top 8, dann bekommt man diesen Skin, den ihr dort links seht. Und auch ab Diamant gibt es auch keine weiteren Punkte für Souverain. Wenn ihr einmal Diamant seid, dann könnt ihr da nicht noch mehr farmen. Diamant wird freigeschaltet ab einer bestimmten Menge von Achtermünzen. Ich kann mich nicht mehr 100%ig erinnern. Ihr werdet es bestimmt in die Kommentare schreiben. Ich meine, es war eine Million, aber nage ich mich nicht drauf fest. Aber im Prinzip Diamant sollte man eigentlich gut auch casual schaffen können. Aber wenn wir uns mal die Bestenliste angucken von der Top 8, also die, die ich jetzt euch einmal einplanen werde, dank ein Yakuza, der mir das Bild da zur Verfügung gestellt hat, weil der ist der einzige bei uns im Clan, der so weit oben ist, dann werdet ihr sehen, dass es im Prinzip unmöglich ist, dort oben hinzukommen. Das liegt einerseits daran, dass oben viele Ruderwetten gemacht werden mit einer Community. Ihr kennt das vielleicht ein bisschen aus meiner Community. Bei mir darf ja jeder auf dem Server Ruderwetten machen. Und derjenige wird nicht angegriffen. Das, bevor ihr da sauer seid, es sind jeden Tag andere Leute auf dem Server. Also es ist jetzt nicht so, als würde jeden Tag jeder meiner Zuschauer dort Ruderwetten machen können. Also es ist wirklich durchwachsen. Der macht mal an dem Tag, der macht mal an dem Tag. Also keine Sorge, keiner von denen ist da oben mit dabei dadurch. Und ich, wisst ihr, mache sowieso keine Ruderwetten. Aber gerade die Top 8, die nutzt das sehr doll aus. Vor allen Dingen, wenn ihr euch mal die Nummer 1 anguckt. Ich hoffe, Ubisoft hat das da im Blick. Ich habe auch schon gehört, dass die ein oder andere Bann dort passiert ist. Weil man natürlich mit den Ruderwetten das Ganze auch rebusen kann. Wenn man also eine Community im Rücken hat oder viele Freunde im Rücken hat, die einem bei der Ruderwette helfen und dann auch die Ruderwette vielleicht extra verlieren gegen einen. So kann man natürlich sehr, sehr, sehr viele Achtermünzen pro Tag einsammeln. Jetzt haben viele gefordert, ey, die Achtermünzen müssen sogar zurückgesetzt werden, damit Chancengleichheit in der nächsten Season für alle besteht und alle wieder bei 0 starten. Das kann ich einerseits nachvollziehen, weil man dann denkt, ey, alle starten wieder bei 0, alle haben die gleichen Chancen. Aber es wird genauso ablaufen, wie auch diese Season. Die Top 10, die Top 20 werden mit einer Community im Rücken oder mit vielen Freunden oder mit Bots, ich weiß nicht genau, wie wir das machen, werden wieder so weit oben dabei sein, dass es eigentlich fast unmöglich ist, für jeden von uns dort anzugreifen. Für jeden, der sich mal gefragt hat, ob es verschiedene Bestenlisten gibt, so wie es aussieht, gibt es das. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel die Bestenliste der Playstation und so gibt es auch noch eine Bestenliste für den PC und auch für die Xbox. Es kann also durchaus sein, dass ihr gerade auf Platz 49 seid und ihr euch hier nicht gerade seht oder mich nicht seht, das liegt daran, dass ihr auf einer anderen Konsole unterwegs seid. Ich muss ganz ehrlich sagen, letztendlich wäre es mir sogar eigentlich egal, ob ich jetzt hier auf der Bestenliste bin, wöchentlich oder saisonal oder wo ich da bin. Aber was mich stört, ist diese Belohnung, die nur die Top 8 bekommt. Da weiß ich nicht so ganz, was man sich dabei gedacht hat, weil 8 Spieler auf dem ganzen Planeten oder ganz EU, ich weiß nicht genau, wie da die Unterteilung ist, aber von, sagen wir mal, 50.000 Spielern kriegen nur 8 Leute, die dann auch noch einen Trick abusen oder Community abusen, diesen Skin, das finde ich echt schade. Das muss auf jeden Fall hoffentlich schon für Season 2 geändert werden oder auch noch in dieser Season, dass dieser Skin auch für euch alle da draußen erspielbar ist. Es macht keinen Sinn, den für die Top 8 Player, das hat ja nichts mit Skill zu tun, um da oben weit dabei zu sein. Dafür braucht man nur Zeit und eine Community. Und Community kann natürlich auch sein, Freunde und Verwandte. Ich sage immer Community, weil ich kann nur aus meiner Wahrnehmung sprechen. Es zeigt einem eigentlich nur, wer hat die beste oder die größte Community, die am meisten spielt und wer hat am meisten Zeit. Und eben nicht, wer hat vielleicht das beste Können oder das beste Know-how oder, oder, oder. Hier wird das Einzige, was hier belohnt wird, ist eigentlich das Austricksen der Ruderwette. Und ich hoffe, dass das schon diese Season geändert wird oder dann spätestens für die nächste Season. Und ich hoffe eigentlich auch, dass die Achtermünzen, die wir alle erfarmt haben, es hat ja auch nicht jeder so wie ich über eine Million, der ein oder andere von euch hat vielleicht Ende der Season gerade mal so alle Manufakturen auf 7 oder 8, hat sich gerade die Sambuca gekauft und hat noch ungefähr 10.000 Achtermünzen auf der Bank und wäre dann froh, die in Season 2 zu haben, um gerade zu Beginn einen einfacheren Start zu haben. Denkt auch an die ganzen Leute, die vielleicht erst ein paar Wochen in das Spiel rein starten und vielleicht nicht schon Side-release spielen. Die hätten dann auf jeden Fall auch einen sehr viel einfacheren Start, als wenn da komplett alles geresettet wird. Aber wie gesagt, lassen wir uns da mal überraschen. Was mich extrem interessieren würde, ist eure Meinung dazu. A, was wünscht ihr euch, was mit den Achtermünzen passieren soll? Sollen die gelöscht werden? Sollen die umgewandelt werden? Sollen die einfach bleiben? Was wünscht ihr euch für die Bestenliste? Wünscht ihr euch einfach, dass die Belohnung für alle, die Diamant erreicht haben, zur Verfügung steht? Findet ihr das vielleicht sogar gut, dass nur die Top 8 das bekommen? Da würde mich sehr interessieren, was ihr da denkt, weil da sind die Meinungen tatsächlich ziemlich durchwachsen. Außerdem wurde ich schon ganz oft gefragt, wie viele Stunden ich mittlerweile im Game habe. Das sind jetzt ungefähr 250 Stunden. Da wird es dann auch morgen ein Fazit-Video. Komm, einmal zu allem, was ich positiv finde und allem, was ich negativ finde. Ich fand, dass die Berichterstattung da in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr negativ eingestellt war. Deswegen hoffe ich, dass ich morgen mit dem Fazit vielleicht auch mal ein paar positive Dinge erzählen kann, weil 250 Stunden ballere ich ja nicht in das Spiel, weil ich das nicht mag. Weil Skyline bei uns hat wirklich auch viele, viele schöne Aspekte. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde mich selber am Follow freuen. Selber ein Like auf dem Video. Checkt den Discord aus, wenn ihr noch Multiplayer-Partys sucht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss. und das ist die Handeln. Musik ist die Handeln, die Musik zu tun.